Moin moin Freunde schlechten Geschmacks, ich weiß ja nicht ob ihr es wusstet, aber wir spielen Let's Grab, diesmal Operate Now Epilepsie Surgery, voll geil, wenn ich jemanden behandeln, der Epilepsie hat, und seht euch mal an den Vorschlägen an, Play Knee Surgery, Play Nose Surgery, Play Stomach Surgery, ach du Kacke, aber jetzt erstmal an die Epilepsie, die fand ich erstmal interessant, das ist ein kleines Zäubelchen, das uns schon hier so neckisch zuzwingt, das ist, was soll ich hier machen, das war ein schöner, was weiß ich was das war, was war das hier, Sound Effect oder wie, ja Sound Effect, oh das ändert die Quali, wow, wow, ich glaube das ist maximal, keine Ahnung, das ist nämlich auch relativ wenig, wir machen das, auch wenn wir es auf Deutsch stellen, dann sind wir so richtig creepy, die Übersetzung, ja machen wir jetzt einfach mal Operate Now, oder? Achtung, dieses Spielenthalte, was, nein, ich bin gar nicht gewarnt, boah, so viel, was zum Geier, das ist Marie, Marie hat Epilepsie, ist dieser Reim beabsichtigt? Ich denke schon, wodurch sie unter bestimmten Umständen Anfällen erleidet, sie hat verschiedene Behandlungen ausprobiert, um die Anfälle zu verhindern, aber leider hat keine geholfen, und die Symptome sind auch nicht schwächer geworden, was bei chronischen Krankheiten manchmal der Fall ist, meine Operation ist für sie die letzte Behandlungsmöglichkeit, Angesichts ihrer Vorgeschichte sollten wir vorallerdings ein EKG aufnehmen, um zu sehen, ob Ringfit genug für die Operation ist. Alle clashen, bei mir sehr schön hinten. Was gibt, was, was, hä, okay Doktor, nehmen wir ein, ein EEG, achso, okay, vom Riesgehirn auf, der EEG-Raum sollte hinter einer dieser Türen liegen. Hm, ich weiß es nicht, hinter welcher wohl, hm, ich nehme hinter den, oh, 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 ah, meine Güte, minus 100 Punkte, okay Doktor. Was? Ich muss ja nicht ins Gehirn, in den Raum gehen? Alter, okay, in den Raum gehen, nehmt ihr die Elektronen vom Tisch. Oh, ah, 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 Spritz. Ah, hm, knapp, 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 das ist nicht die richtige Klemme. Jo, will ich disqualifiziert werden? Seien Sie bitte achtsam, Doktor. Versuchen Sie es nochmal, Doktor, konzentrieren Sie sich, Doktor. Komm, Elektrode, oh, geil. Guck mal, befestigt die Elektrode am Mariestil. Hm, your touch my tralala, hm, hm. Hm, 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 hm. Na klar. Ach, noch mehr? Oh, you touch my tralala again. Voll geil. Äh, ja, 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 gute Arbeit, Doktor, ja, hab ich echt gut gemacht, wun? Das Sperma rinnt dir das Gesicht runter, naja, egal. Das ist ein Gehirn. Oh, warte, warte, warte. Hier sind die EEG-Ergebnisse, testen Sie jede Elektrode, um die zu finden, welche die größte Frequenzwelle liefert. Dies liefert uns die Stelle. Ach, ich muss auch mal Gier operiert werden und Spaß. An der Anfälle ausgelöst werden, wählen Sie diese aus, damit wir mit Operationen sind. Was? Oh, nein. Oh, knapp, oder? Ach da, okay. Sehr gut, Doktor. Gehen wir jetzt in den OP-Raum. Man sollte hinter einer dieser Türen liegen. Was ist der? Tatsache. Wir beginnen mit einer intravenösen Anästhesie. Anästhesie. Wir beginnen mit einer intravenösen Anästhesie. Wir beginnen mit... Nehmen Sie die Spritze vom Tisch. Kleine. Fast. Das ist nicht das Richtige. Ne, der Richtige. Rasiercreme. Oh, Mann. Ich war mir so sicher. Okay, 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 okay. Schraubendreher. Wo ist denn hier die Klemme? Ach, die Spritze. Meine Güte. Sehr gut, Doktor. Nehmen Sie die Flasche mit dem Betalbungsmittel. Okay. Stift. Jetzt war Spaß beiseite. Was zum Geier mache ich jetzt? Füllen Sie die Spritze mit dem Betalbungsmittel. Füllen Sie die Spritze mit dem Betalbungsmittel. Nicht der Ernst. Alter, was? Das ist ein Junkie-Simulator. Was zum Geier? Spritzen setzen wie ein Junkie. Spritzen setzen... Das muss ich mir merken. Wie ein... Junkie. Die Dauers wird da indiziert. Alter, was zum Geier. Gute Arbeit, Doktor. Jetzt müssen wir einen Moment warten, bis die Betalbungsmittel... Ohne Spaß. Ich brauche hier eine Wartezeit ein. Ich kann mich... Hat am Arsch lecken. Viel Spaß. Jetzt müssen wir Maries Haare schneiden, um ihre Kopfhaut vorzulegen. Sie macht die Britney Spears. Britney Spears. Glatze. 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 Jogische Platten. Nein. Faden. Ist auch echt schwer, sich zu konzentrieren, wenn so Pizza vor ihm gerade liegt. Adrenalin spritzieren. Ach, fuck. Das sah doch genauso aus. Was? Atisera. Ach, ich wollte schon direkt rasieren anfangen, bist du? Ich stelle jetzt Maries Haare ab. Zack. Steht ja eigentlich. Ist jetzt so, dass er so besser zu sagen würde. Die restlichen Haare werden wir abrasieren müssen. Nehmen Sie die Rasiercreme. Bohrer. Konzentrieren Sie sich bitte, Doktor. Okay, hier, Rasiercreme. Alle klar. Muss ich jetzt echt schütteln ohne Spaß? Wie soll ich denn? Ach, okay. Ja, Rasiercreme. Auf, mir jetzt Kopfhaut auf. Ich muss... Ist das geil. Ach, du Kacke. Was? Ist zu geil. Ja, stimmt. Schön im Kreis, ne? Schön vorgeben. Ach, du meine Güte. Merrill Monroe, wo warst du so lange? Gut, nehmen Sie die Rasierer. Warte, Bausch. Die Drohne rast da. Ne, komm, nehmen wir direkt mal eine Rasierer. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Rasieren Sie mit Hilfe des Rasiercreme. Das ist das restliche Haare vom Kopf. Wie mache ich das? Ah, ich muss jetzt draufklicken. Das ist so geil. Ohne Spaß. Das ist mein neues Libispiel. Bats. Oh, jetzt kommt das Ohr noch. Das bleibt bei. Jetzt entfernen Sie jetzt mit dem Wattebausch. Der Rasiercreme von Maries. Oha. Wattebausch. Dass er mal draufklicken muss erst mal. Das ist ja behindert. Sehr gut, Doktor. Jetzt können wir die Desinfektionsmittel... Alter. Wie detailliert ist das denn bitte? Tacker-Klammern. Das wird nie alt. Wir werden mit der Desinfektionsmittel in dem Bereich der Kopfhaut desinfizieren, indem wir die Prozedur vornehmen. Nehmen Sie als erstes die Pinzette vom Tisch. Pinzette. Hä, wozu brauche ich dann? Was ist denn geil? Nehmen Sie jetzt mit der Pinzette den Wattebausch. Alle klar. Taucht jetzt die Wattebausch in die O-Lösung. Alle klar. Noch mehr. Tragen Sie die O-Lösung auf der Gesellung und freiligen Koffer drauf. Ja. So funktioniert das. Einwandfrei. Richtig schön. Linienförmig. Gute Arbeit. Bereich ist sterilisiert. Ja, weiter. Nehmen Sie jetzt den Stift. Oh, jetzt geht's los. Das wird alles aufgeschnitten. Jetzt können wir einen Schnitt ansetzen. Alter, ich bin ja schon richtig gespannt. Was ist denn das hier? Das ist geil. Bell. Ja, das war noch ein bisschen Rasierkriegen, ne? Hallo, da ist doch überall was. Ihr Behinderten. Das ist perfekt. Ach, du meine Frau. Nehmen Sie jetzt den Bohrer. Oh, das wurde Spaß. Die wollen, dass ich den Bohrer nehme. Das ist ein bisschen Spaß. Oh. Oh. Alter. Boah, die ist groß. Boah. Oh, mach. Nehmen Sie jetzt den Chirurg Spaß? Säge. Okay, alle klar. Jo. Boah. Was ist, klappt mir das auch etwas aus? Ai, 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 ai. Ach, du Kacke. Das geht jetzt frei. Das wirst du sonst die Lura schneiden. Ach, du meine. Und jetzt brauchen wir wieder das Kapell. Nehmen Sie mir das Kapell. Okay. Nehmen wir das die Schere. Ah, was? Wir schneiden dann einfach mal wieder Schere durch. Tup, 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 tup. Wie im Bastelgeller. Oh, das ist okay. Ach, du meine ich. Jetzt müssen wir den Bereich des Gehirns suchen, um die genaue Stelle zu finden, wo der Anfall der Herr herausgehen. Jetzt hier so Elektrorwasser vom Tisch. Wasser. Auf das Gehirn wird es einfach verlegt. Ach, du meine Fresse. Wenn Sie jetzt die Klemme, eine Klemme, da ist die Klemme. Was? Was muss ich damit? Berühren Sie die verschiedenen Elektronen auf dem Gehirn? Was? Hallo, oder wie? Gerne. Befunden Sie die Reaktion. Keine Klinik wird den Bereich angezeigt, der entfernt werden sollte. Ach, du meine Fresse. Das war Glück. Wir haben den Bereich gefunden, die stärkste Reaktion zeigt, wenn wir, auch diesmal normal, alles klar. Wenn wir diesen Teil des Gehirns entfernen werden, Mariesanfälle schwächer werden. Begreifen Sie zum entfernen Teil des Gehirns mit der Klemme. Alter, ich greife hier ein fucking Gehirn mit einer fucking Klemme. Ohne Spaß. Sehr gut, Doktor. Jetzt müssen wir diesen Teil des Gehirns ablösen. Was? Nehmen Sie bitte das Skalpell. Boah, ich habe richtig Angst vor der... Was? Ohne Spaß. Ich schneide ein fucking Fähig aus dem Gehirn raus. Großartige Arbeit, Doktor. Jetzt müssen wir den Bereich wieder verschließen. Wie denn? Patafix. Diese Pezette mit der Dora zurückliegen. Was? Ich mache da jetzt nichts. Ach, du Kacke. Ich habe jetzt eigentlich auf eine Adrenalinschmutze geworfen. Ja, schön da. Schön an die Kanten, ne? Das ist wie beim Papierflieger falten, ne? Darf keine Kanten überstehen. Nehmen Sie die Nadel. Meine Fässer, nehmen Sie Faden, glaube ich. Komm mal ohnehin zurück. Ach, du meine Fässer. Jetzt müssen wir nämlich jeden Faden einzeln anklicken, oder? Das ist doch ein der fucking Scherz, oder? Komm mal rein. Nehmen Sie als nächstes den Fass schon wieder in... Ich muss mich noch nicht wieder festbohren, oder? Ach. Juhu. Boah, das ist ja schlimmer als beim Zahnarzt. Was? Die bauen das jetzt doch aber nicht ins Gehirn, oder? Nehmen Sie die hirischen Platten vom Tisch. Hirische Platten. Alle klar, alle klar, was wird dann... Ach, das wird dann so übergängsmäßig gemacht, oder wie? Okay, nehmen Sie den Schraubenzieher. Was zum Gehirn? Ich fühle mich ja wie in der Werkstatt. Ja, was rein? Also nehmen Sie... Ach, die Schrauben noch. Klar. Ich komme hier weiter. Die Nippel sind sonst noch ab. Wir geben noch noch zweieinhalb Minuten. Ohne Spaß. Serious Business. Nehmen Sie die Pinzette. Okay. Ja, ist das hier rüber? Dafür einen eigenen Schritt einzubauen ist eigentlich voll unnötig. Nehmen Sie die Nadel. Nadel, da ist die Nadel. Ist die Nadel echt so krumm? Nehmen Sie jetzt den Faden. Was? Die Nadel kann doch nicht echt so krumm sein, oder? Das glaube ich nicht. Oder? Doch, kann eigentlich schon sein. Wäre behindert, wenn die gerade wäre. Dann werden die durch... Dann müssen wir die Koffert immer so zusammendrücken, dann wäre so ein Wulst. Macht das ja nicht so in der Sache. Nehmen wir jetzt den Tacker. Was? Was? Ich muss die Kopfhaut festtackern. Ohne Spaß. Die verkackern mich. Die verkackern mich so hart. Die haben jetzt was geschafft. Nehmen Sie den Verband. Ach, die ist wach. Guckt euch die mal an, wie die chillt. Diese komplette Valium. Verband. Hier drüber. Da kommen mir die Olle. Das ist bei Erstklassiger Arbeit, Doktor. Ich bin mir sicher, dass die Patienten sich in Hand und Drinnen holen wird. Weiter. Neuer Modus freigeschaltet. Als Assistenzart spielen? Als Oberart spielen? Alter. Ich habe 21 mal Minus 100 Punkte bekommen, weil ich ein absoluter Asi bin. Voll geil. Ja, also das ist... Das ist nichts für meine Nerven. Knie-Operation. Nasen-Operation. Was zum Geier? Werbung. Gönnen wir uns nicht. Das war der... Was war das nochmal? Ach ja, die Epilepsie-Operation. Ne, Operate Now Epilepsie-Operation. Genau, so war das. Wir werden uns das wahrscheinlich nie wieder gönnen. Zurecht. Ich esse jetzt bitte. Ich wünsche euch noch einen schönen Dach. Tschüss, tschüss.